servus leute hier eine kleine stream ankündigung die ich mache ja ausnahmsweise kündige ich meinen stream wieder an nämlich habe ich vor am 2 juni t7 zu streamen das ganze sollte eigentlich eine überraschung für spielo freaks sein oder hab jetzt gesagt spielo dragonhof wie er jetzt heißt aber hey was soll's jetzt weiß er es wenigstens jetzt kann er den stream nicht verpassen und jetzt hat er schon ein bisschen vorfreude darauf also wie gesagt am 2 juni habe ich vor tecken 7 zu streamen weil da kommt das spiel raus bzw wird freigeschalten ich mache das ganze über steam also die steam version und ich möchte auch eine show von tecken tag tournament 2 für die nintendo view machen und von tecken 6 für die xbox 360 beide spiele habe ich mir schon bestellt das heißt ich muss also nur mehr darauf warten gut wann und welche uhrzeit genau der stream anfängt weiß ich nicht wahrscheinlich abends denn das ist immer so eine sache weil muss ich immer gucken wie ich zurzeit komme aber naja das werden wir noch alles sehen also wenn nichts dazwischen kommt ich hoffe einfach mal es kommt nichts dazwischen weil jetzt habe ich schon angekündigt und ich will den stream machen und ich habe bock auf das spiel also 2 juni tecken 7 streamen wahrscheinlich wird es dann nichts anderes geben aber schauen wir mal wer weiß ob ich gäste dabei haben werde weiß ich auch noch nicht das werden wir alles sehen wichtig ist jetzt auf jeden fall am 2 juni gibt es einen livestream von mir auf youtube höchstwahrscheinlich und ja da wird ticken 7 gespielt ich hoffe ihr freut euch schon darauf wie ihr hört ich freue mich darauf gut wir sehen uns das nächste mal beim stream oder ja in dem video oder ob ich davor noch ein stream machen werde weiß ich auch noch nicht das sehen wir auch alles das sind sowieso unangekündigte streams dann gut genug gelabert ich freue mich auf euch und auf das spiel